Noah Lass mich jetzt hingehen Ja, danke Lass mich hier rein Ach du Scheiße, was ist denn das hier? Ich will hier nicht rein Ich will hier nicht rein Du musst hier rein Nein, 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 sei nicht laut Bist du nicht? Das sind Gäff, ich will da nicht hin Das sind Köpfe von Gäff Nein, das sind Gäff Tote Gäff Ich hoffe mal, dass Tote Gäffs sind halt die Fresser Als ob sie jetzt aufstehen und nicht umbringen wollen Boah, ich will da ein Gewein aufessen Sie sind für mich nicht Seleben Jetzt muss ich halt drauf schießen Sei nicht laut Sei nicht laut Danke schön Das ist aber unendlich Nach einem Schieß nicht auf Leichen Nein, 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 nein Ach du Scheiße, ich will da nicht mal Hast du es gerade gelesen? Ja, jetzt hast du dich im Glück Letztendlich lustig. Also, ich finde das persönlich nicht lustig. Das sieht aus wie so ein Reaper-Teil, ey. Machst du die Reaper nicht so besonders, oder? Nee. Bei Reaper, da kriege ich so ein... Ja, wie soll ich jetzt sagen? Äh, Paranoia. Weil Reaper sind nicht gerade nett. Weil, ich sah's jetzt mal so, die könnten mit einem Schuss eine ganze Fregatte kaputt machen. Die Empirakete. Das bringt nichts. Nein, die Indie da rein. Das bringt nichts. Glaub mir, die Empirakete. Das bringt nichts. Die kann alles. Das bringt nichts. Sonst hätten die da schon nichts funkt. Äh. Weil, du musst überlegen, die Reaper, die Reaper, also diese Schiffe, sind Lebewesen. Keine Maschinen. Auch nö, nicht wie es so ein Dunkelheitsding, dass die, die geil mit Dunkelheit, die wollen nicht alle umbringen. Genau. Diese typischen, die haben keinen C, die wollen einfach alles kaputt machen. So die typischen Illuminaten. Quasi. So, dann mag ich sie nicht mehr. Sagen wir's mal so, ähm, die sind schon lange und haben eine ganze, ganze Zivilisation ausgerottet. Und, 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 das wollen die jetzt ja auch machen mit uns. Deswegen bekämpfen wir sie ja. Sei nicht laut, bitte nicht. Ich hab dich lieb. No, homo, aber bitte, sei nicht laut. Ich will nach Hause. Bis zu Hause. Ich will aber wieder auf meine Normen nicht zurück, das ist so schön leise und drum. Und nicht so gefährlich. Ich will da nicht durch. Ja, wie geil. Hä, das war vorhin nicht erlaubt. Was, wie unmenschlich ist das denn? Muss ich, man, man darf am Arbeitsplatz keine Musik hören, wie unmenschlich. Okay, darf man auch so, ich weiß. Genau. Was ist das? Das muss ich mit dem Weg bauen. Ach, das ist so ein Spiel. So, jetzt weiß ich es wieder. So, dann... Ups, ne, ne, ne. Die schon da hin. Ne, die nicht. Die genau. Die hier weiter nach oben. Das sind die nach rechts geht. Und nach oben. Ja, was machst du da? Ich hab mir die Plattformen zusammengeschoben. Okay. Okay. So, jetzt. Ach. Alien Isolation 2.0 Nein, Alien Isolation würdest du mehr schauen. Du kennst mich, ne? Ja. Ne, Alien Isolation ist kein Spiel für mich. Das ist mir zu viel Horror als Survival. Das ist ja auch noch Horror-Survival. Deswegen, das ist mir zu wenig... Nehmen wir Resident Evil 4 auf. Das ist mir... Das ist mir zu wenig, äh, Survival und zu viel Horror. Ne, nenn doch einfach Resident Evil 4 auf. Ab 18? Ja. Äh... Komm, das ist mir richtig krass gefallen. Orange-Weiß, Orange-Weiß, Orange-Weiß. Äh, wie war das jetzt? Da war das. Ich weiß. Da war das. Da. Oben. Nein. Nein. Nein, das linke... Entschuldigung, das linke war das. Oder das... Ja, das linke und das rechte. 1800 Credits. Okay. Letzte Teil draußen. Ich krieg ne Krise, ey. Ich bin safe. Ich liebe es. Ich bin safe. Ich liebe es. Du musst noch was machen, ne? Weißt du, weißt du, äh, weißt du, was ich jetzt gerade gemacht hab, weil ich wusste, dass das passiert? Du hast dein Headset runtergenommen. Genau. Wo vor allem ein Bildschirm aus erst mal Headset runternehmen. Boom, boom. Ich will nicht raus. Ja, du musst jetzt raus. Ich will nicht raus. Du musst trotzdem jetzt raus. Halt dein Maul, ich will nicht raus. Du gehst raus, fertig. Ich hab das Gefühl, der Riese ist wach. Ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl, dass der wach ist. Lauf, lauf, lauf! Okay, vor uns sind Feinde. Sei schnell Deckung suchen. Rechts drei, hier drei. Das heißt... Pascal, hart am Limit. Das heißt es. So. Gibt's auch noch an. Vergiss nicht, du kannst auch hier nicht Waffe schießen, in diesem Spiel. Zu lauwe. Warum haben wir's nicht? Okay. Der Typ ist tot. Der chillt sich aber auch ein zurecht. Ja, klar, chillt er sich ein zurecht. Warum haben die das nicht eigentlich wie in, ähm... Red Dead Redemption gemacht, wenn du auf die Waffe schießt, wie die Waffe heißt. Ich habe keine Ahnung. Wie schön das aussieht. Das Auge ist... Ich muss jetzt ein bisschen schwollen, gerade, weil ich mich geschreckt habe. Erstmal richtig weggereicht. Hat er auch was. Lost Things... Äh, nee, irgendwas mit... Things wie Lost in Fire oder so. Aua. Der hätte ja eigentlich geschafft, mit einem Raketenleffer einen Headshot zu machen. Shepard hält alles aus. Das ist ja. Alper 10, Lofi für die Haare. Nur für die Haare. Welcher Spast würde sich damit zum Beispiel den Fuß einkriegen oder so? Ja, das... Ja, genau. Das ist ja eigentlich auch nur für die Füße, für die Haare. Ja, deswegen ist es darum, ich glaube, der hat das gesagt, damit der... Ähm... Das hat er bestimmt von einem Anwalt bekommen, dass der... Falls das jemand sich irgendwie trinkt, dass er daran stirbt, dafür nicht belangwärten kann. Oh. Weil wusstest du, das brennt... Das Zeug... Das brennt wie Hölle. Das Zeug brennt wie Hölle. Ups, oder? Das ist kalt. Ja. Das ist weltweit der einzige Mensch, der daran die Rakete ausreichen kann, wenn sie neben ihn einschlägt. Ja, sicher. Das geht nicht. Das ist ja so krass, dass sie auch noch nicht... Dass er einen Flammenwerfer erinnert ist. Malware, du bist fast tot. Also, ich bin wieder da. Wie viel hast du eigentlich hier im Schwarzloch? Sechs. Achso. Musst du das nicht mitnehmen? Ich warte eigentlich nur darauf, dass da so ein Endboss kommt. So ein richtiger Bruder. Also, die VI. Du verstehst, was ich meine, oder? Ja, ja. Du sagst mir nichts, wenn sie noch vorbei sind, ne? Zehn Minuten noch. Mal gucken. Na, 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 na. Du hast jetzt nicht ehrlich ganz weit über seinen Kopf geschossen, oder? Vorsicht! Wie ging das denn jetzt? Ich hab' einen schönen Tod. Der lebt ja noch. Was tun sie in ihrer Freizeit? 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 Der hat nur noch einen Strich, Mann! Ja, Boxing. Ich würde ihn boxen. Wenn du mal rüberkommen würdest. Boxing! Boots, Boots, Boots. Boots? Auf dem Boot schauen. Jetzt hier rein. Wie viele Gegner erwarten uns da? Keine. Super. Wie viele Gegner erwarten uns hier auch keine? Super. Ah, einer erwartet uns. Ein Geftgeber. Drei. Äh, tschüss. Hau ihn. Habe ich schon. Direkt so einen Punch in den Rücken gegeben. Was tun Sie in der Freizeit, Herr Wetter, wenn ich mal auf den Boot schauen? Einer weniger. Nicht auf den Boot schauen. Du musst so klatschen. Schlitz! Ich habe alles getroffen und trotzdem lebt er noch. Beziehen. Doping. Für die Haare. Nur für die Haare. Für die Haare. Ich habe mich mit mir. Ach so. Ich habe mich gerade erschreckt. Ja, das wäre so ein Ventil, das ist nur ein Commander. Neben diesen zwei Typen. Ich sehe das jetzt schon. Mehr als zwei Typen. Ich sehe nur an. Nichts sind halt. Keine Erdnung. Der Typ hat sich übrigens voll erwischt. Ja. Auah. Wir kommen hier echt nicht weiter Ich glaub an dich, Pascal Ich glaub an dich Du darfst niemals deine Irgendwas Träume, genau, Träume waren das Aufgeben Oder so, keine Ahnung Ey, ist der Riese tot Uff, einen haben wir schon mal weg Ich hab jetzt echt die Granate Du hast ja nicht dahin geschossen, oder? Du hast ja gut getroffen Dafür, dass du nicht gezielt hast Weißt du, wo du ziehst? Ich schieß mal an ihm, aber wenn du nicht ziehst Dann schaffst du an ihm Dann Schieß es, bloß Granate Jo Auch wenn du eine Granate wirst Und du nicht schildest Ja, genau Jetzt machen wir uns fertig Was hältst du von deinem Auslandseher in Korea? Genau Ja, was denn? Dann kannst du Oberflächlichen Leuten Nein, nein, das war ja Bonds Gibt's ja nicht noch, Korea Bestimmt gibt's bei denen Nur so Challenges Fast Nein, nein, nein Verstehst du? Es gibt bei denen kein Äh, kein Bronze Silber Gold Diamond Aber auch Diamond gibt's bei denen schon Aber nur die beiden Danach kommt Es gibt nur Level 30 Also unranked Diamond Challenger Weil die anderen werden ja nicht benutzt Du weißt schon, dass es auch noch Master gibt, ne? Master Tier Komfort Challenger Okay, das wusste ich nicht Was ist denn das? Ist auch Wirst du auch so gerankt? Das ist zwischen Diamond und Challenger Achso Jesus Danke Gott Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Bei mir kam das falsch an Master Tier Master Tier, genau Ist das wirklich so? Ja Das Spiel ist Hä? Monxe? Silber? Ähm Gold Platin Diamond Master Und Challenger Achso Master Nicht Master Tier So, ja, okay Also in Deutsch heißt das In Deutsch und Englisch Dann heißt das ja Master Tier Ich wär glücklich Wenn ich in Gold reinkomme Weißt du warum? Gold ist mein Lieblingsmaterial Ich wär froh Wenn ich endlich mal wieder in Silber wär Ja, Silber geht auch Silber ist auch geil Weißt du warum? Egal wie du das umdrehst Silber ist immer Zeit platziert Weil es gibt's eigentlich nur Um zu rechnen Also um die Platzierung Ne? Also Medaille Stehst du? Bronze, Silber und Gold Selbst Bronze ist immer noch wertvoll Aber würdest du Weil Gold und Bronze sieht ja gleich aus So Nur Gold sieht halt edler und schöner aus Ne? Würdest du mal das umdrehen Wäre dann halt das seltenste Bronze Und das drittseltenste Gold Silber wär immer noch auf Platz Und Silber ist in der Mathematik Ein sehr wertvoller Rohstoff Ja Wunder dich nicht Ich weiß sehr viel darüber Können dir auch jetzt ganz viele Geschichten Über Edelsteine erzählen Ne, ne, brauchst du nicht Ich hab da schon genug von gehört Diablo 3 Äh, Diablo 2 Ab Diablo 3 kam ja mehrere dazu Ne, ich hab das von meiner Oma mal gehört Weil die kennt sich da richtig gut aus Mit geografischen Sachen Also, wenn's um Edelsteine und so gibt Geht's Geht Geht Typisch Frau, ne? Ja, es hat nichts damit zu tun Ich hab mich da auch gerne informiert Besonders, weil die Steinchen sehr wertvoll sind Geld Nicht Edelsteine, Geld Gott Haben wir die Scheiße jetzt endlich hinter uns Und jetzt müssen wir uns der KI stellen Aber das machen wir nicht mehr heute Sondern Das machen wir im nächsten Part Wenn es heißt Let's Play Mass Effect Mit mir den Last Cap 99 Und dem Venom Place Bis zum nächsten Mal Dann lassen wir noch die Szene zeigen Es sah so aus, als würde ich sogar ins Wasser reingehen Ja Die ist unterirdisch, deswegen Ach so So, und danach speichern wir Und dann War's das wirklich für heute Du freust dich schon drauf, ne? Schnauze Boah, ich hätte es jetzt gefeiert Hättest du nicht gespeichern können Ja, Alter, dann Hätte ich so lange weitermachen müssen Bis verspeichern Aber Wir machen jetzt Wir schreiben das Die VE versucht ihr Programm hochzunehmen Wie sollst du das erzählen? Wenn es heißt Mass Effect 2 Es bin Venom Place Und das Das hier ist Das kommt noch 90 Tschüss Tschüss Das hier ist Musik